Heute wollen wir über die Reaktionen auf den Anschlag auf das Redaktionsbüro von Charlie Hebdo in Paris sprechen, wo unsere Medien ja wieder Besonderes leisten, weil sie bereits bevor die Täter gefasst sind und man sie nach ihren Motiven fragen konnte, wissen, was hinter der Sache steckt. So titelte beispielsweise die Berliner Zeitung im Untertitel gestern, das Massaker von Paris ist Rache für satirische Zeichnungen, in denen die Täter eine Verunglimpfung ihres Propheten sehen. Das steht dort im Indikativ und ähnlich reflexartig und in Schubladen ist die gesamte Berichterstattung im Moment. Einerseits ist der Schrecken natürlich verständlich, auf der anderen Seite muss man durchaus die Frage stellen, warum nicht vergleichbare Journalistenmorde wie beispielsweise an kurdischen Journalisten in Paris im Januar 2013 oder Journalisten in der Ukraine, vor allem russische Kollegen, gleiche Empörungswellen und weltweite Kampagnen ausrufen, wie jetzt die hier an die Kollegen von Charlie Hebdo. Aber neben der Frage der doppelten Standards und der nach den fehlenden kritischen Fragen vom Journalismus, man scheint sich weitestgehend auf eine Verlautbarungspraxis von Behördenangaben verlegt zu haben, gibt ja auch noch einige Dinge zu klären, wie beispielsweise die Rolle der Mitarbeiterin von Charlie Hebdo, die die Terroristen eingelassen hat und auch beim Herauskommen der Täter noch am Ort war, sowie auch den Fund des Personalausweises, worauf man jetzt auf die Identität der Täter schließt. Darüber hinaus findet etwas statt, was anscheinend den wenigsten auffällt, durch die Schlussfolgerungen und die Fragen an die Muslime, die Forderungen, sich zu distanzieren von solchen Taten, wird im Grunde genommen unterstellt, dass sie nicht die gleichen Reaktionen zeigen, die gleiche Empörung wie alle anderen auch auf solche Untaten. Diese Art von verbaler Ausgrenzung und quasi Ausbürgerung aus unserer Gesellschaft sollte ebenso kritisch hinterfragt werden, wie die Einteilung momentan der Reaktionen in europäischen Kampf für die Presse- und Meinungs- und Medienfreiheit, die unterstellt, als gäbe es diesen Kampf in anderen Teilen der Welt nicht.